Hallo all ihr wunderbaren Leute da draußen und ich wünsche euch einen frohen Nikolaustag 2020. Dieser Monat, dieser Adventszeit und allgemein dieses Jahr ist echt, wie sag ich das, bes***t. Wir durften nicht raus, wir konnten vielleicht unsere Freunde nicht sehen und im schlimmsten Fall haben wir vielleicht sogar ein Familienmitglied verloren. Also wünsche ich euch allen da draußen die beste Gesundheit und ich hoffe ihr kommt gut in das neue Jahr. Für mich gibt es noch eine letzte Sache, damit 2020 zumindest ein bisschen ein Jahr zum Erinnern ist. Zum aktuellen Zeitpunkt bin ich nur 9 Abonnenten weg von meinem Ziel dieses Jahr von 250 Abos. Es scheint nicht besonders viel zu sein, aber nun dieser Kanal ist halt sehr klein und es wäre ein wirklich schönes Weihnachtsgeschenk für mich. Das hier ist der liebe Nikolaus. Wenn dieser Kanal bis zum 24. Dezember die 250 Abonnenten erreicht hat, dann gibt es nicht nur an dem Tag, wo es es erreicht hat, ein spezielles Hinter-den-Szenen-Videos, sondern es gibt auch am Weihnachtsabend ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch. Und das hier ist der liebe Krampus. Wenn der Kanal bis zum 24. Dezember nicht die 250 Abos erreicht, dann gibt es kein 250 Abos Sondervideo, kein Weihnachtsgeschenk, sondern es gibt die Route und vielleicht ein bisschen Kohle. Also wenn ihr mir ein wunderbares Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann teilt diesen Kanal euren Freunden, damit sie in dieser seltsamen Adventszeit etwas zum anschauen haben. Und ich sehe euch dann nächsten Sonntag zu einem normalen Video, außer der Kanal hat die 250 Abos schon erreicht. Also, wollt ihr Leuten noch Schiss sagen? Ja, und wo ist Nikoners Fest? Und froher Weihnachten? Öh, so hast du so eine seltsame Stimme. Keine Ahnung. Oh Mann, was mach ich nur? Ahnung, was Owen. Untertitelung. BR 2018